The good old times, it läuft. Na gut ist, ich war schon einkaufen. Das heißt, ich muss jetzt nicht erstmal weg vom PC. Ja, nach Ostern, da war nichts mehr. Kühlschrank war leer. Ja, kenn ich. Schrecklich sowas. Eichenwalde, mein Freund. Okay, den nehm ich denn jetzt. Dann nehm ich einen Healer. Und zwar Lucius. Das ist mein Lieblingshealer. Mit dem spiel ich super gerne. Mittlerweile seid ihr Buff extrem gut. Wir haben einen Tank. Zwei Tanks. Das passt. Das ist okay. Drei Def-Charaktere ein. Ich denke schon, dass das passt. Mit Lucius kennst du dich aus. Alles, was im Heal-Bereich ist, wird gehealt. Seit neuestem. Seit letzter Woche. Oder vorletzter. Okay. Wenn du das sagst. Du zweifelst an meinen Worten. Das siehst du. Das siehste. Wenn die Wahrheit spricht, hat die Lüge nichts zu suchen. Okay, war blöd. Normalerweise heißt es. Alles egal. Du kannst auch Wall-Ride. Wir sollten, wenn es geht, hinter dieser Brücke bleiben. Das ist ein Choke-Point. Und den kann man gut nutzen. Jo. Stop Gaming. Das ist uns konzentriert hier. Vor allem, was ist das? Das ist so ein... Wie hieß das Spiel damals? Keine Ahnung. Ich bin zu alt zum Nachdenken. Okay, ich mache ihn an. Er hat sein Geschütz aber auch ziemlich mies platziert, mein Freund. Du musst das hinten platzieren. Ja, die haben auch lieber. Wir sind am Punkt. Wie kam der denn jetzt da durch? Der hat uns so abgelenkt, dass wir den Choke-Point verlassen haben. Ja. Ich bin tot im Übrigen. Ich kriege gerade von Symmetra ausgelutscht. Komischen Kackstrahl. Brauchst du nicht mal zielen mit dem Ding. Einfach, wenn du auffallst. Nee, du musst davon in die Richtung halten. Ja, wenn überhaupt. Normalerweise habe ich schon das Gefühl, der scheißt das Ding, was weiß ich wo aus. Hintenrum sogar. Ist egal wo. Du kriegst immer den Strahl. Das ist Kacke, ist das. Du weißt nur genau, oh Gott, jetzt bist du ausgelutscht. Genau war's. Ja, super. Fuckin' Lutscher. Fickste. Boah, diese Symmetra-Strahlen, die sind echt nervig. Ich glaube, ich brauche mal einen anderen Helden. Ähm, was nehmen wir denn mal? Ähm. Whatever you want. Das war jetzt eine gute Wahl. Äh, Fahrgastner ist jetzt gar nicht so schlecht. Ich hab's Tracer im... Äh, wirst du... Wer auch immer Tracer spielt, der muss so einen leeren Kopf haben, damit wirklich die ganzen Informationen, die da reinkommen, die da reinkommen, auch verarbeitet werden. Ja. Ja. Ernsthaft? Wie so eine Fliege, ey. Die hat auch keine Ahnung, wie sie das macht, aber sie macht's. Weil die sehen ja alles in Zeitlupe, die fliegen, angeblich. Boah, das gibt's doch gar nicht. Doch, gerade Soldier ist dein Counterpart. Ja. Das ist das Problem. Egal, spätestens hinten werden wir sie ausnehmen. Das hoffst du? Ja. Ja, jetzt krieg ich auf ihn. Ich hab mich verlaufen. Brauchst du sie? Du musst den GPS leisten, dann weißt du, wo es hingeht. Okay, wir sind ganz hinten. Unsere Leute verlassen uns schon voll leistig, weil sie mit dem Loose nicht klarkommen. Ein Damage-Hallung. Bam! Ja, ist klar. Ich renne in die Rakete rein von Farber. Warum machst du das auch? Das ist nicht gesund. Ich weiß nicht. Ich dachte, ich fange sie vielleicht, weißt du? Das ist nicht gesund, in Raketen reinzurennen. Das ist das erste Regel im Shooter. Ja, bin ich jetzt auch. Ich glaube, das verlieren wir. Das ist nur so eine Vermutung. Nee, am Ende haben wir noch einen relativ großen Vorteil. Wir haben keinen weiten Weg. Tracer von hinten. Ich lebe immer, töte einen und wird dann getötet. Ja, das liegt. Aber die Tracer sind gar nicht so schlecht dieses Mal. Das ist kacke. Die nervt einfach. Kann ich so schnell reagieren, ey. Dann bin ich schon... Oh, das kriegst du doch. Ich nehme mal was mit. Vor allem, wenn Torbjörn, der baut seine Geschütze irgendwo, was weiß ich, vorne hin. Das ist gar nichts. Musst du klug bauen zum Überleben. Aber geht nicht. So, hier läuft. Kannst du auf den Kronleuchtern landen, die nicht mehr da sind? Doch, hier läuft es noch einer. Ja, das kann ich auch, mein Fall. Diese Tracer. Tracer hinter uns, schon wieder. Die ist hinten an der Base. Nervt mich gerade. Ich glaube, die ist... Ich gehe mal vorne in den Fahrer heilen. Fahrer ist tot. Wir haben auch keinen Counter gegen Fahrer momentan. Nee. Na gut, du musst auch gut treffen können. Könnte ich nicht. Ich gehe mal hier rumdänzen. Go away. Fahrer hinter allen. Ich glaube, der ist tot. Guck mal, ob ich die alle gekriege. Nein. Und sie springt. Vor allem, du springst die ganze Zeit. Du musst nicht zielen. Das ist so ein Noob-Charakter. Wenn die so geschossen hätte, mit einem anderen, ich weiß es nicht, da hättest du ein U in den Boden gezeichnet, vielleicht. War es aber auch. Alle Regler auf Anstrengung. Alle Regler auf Anstrengung. Hier läuft. Oh. Patrick ist ein wenig standhaft. Ja. Ich renne mal hinter Diva her. Unsere Diva zum Heal. Blöder Sack. Also. Patrick ist nicht nur standhaft, Patrick ist sogar tot. Patrick ist auseinandergefallen. Patrick ist alt wie ein Lego-Männchen und fällt auseinander. Nein. Nein. Oh. Oh. Alter mir. Geben. Oh mein Gott. Nein, Doppel-Ulti. Wenn wir jetzt ein anderes Speed geben und drankommen, können wir noch gewinnen. Ich habe nämlich noch eine Ulti, die ich zünden kann. Hier läuft. Hier läuft. Hier läuft die. Tracer läuft auch. Die Ecke geballert. Tracer habe ich. Hier ist noch irgendjemand von uns. Er kriegt hier. Die läuft auf volle Touren. Wow. 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 Ich kriege hier Damage. Ich mache wieder da vorne. Ich bin immer noch an der Payload. Wer hin möchte, ich mache mal Heel an. Ja, ich brauche noch die Hälfte im Speed. Tracer ist wieder da. Ja. Der Ding ist auch hier. Büsche. Er springt wie so ein... Drei Treffer da. Tracer ist wieder bei mir. Tracer ist hinten. Spawn. Richtung Spawn. Boah. Mir kann er mich angehen. Äh. Noch nicht. Fuck down. Aber ich habe jetzt gleich Ulti. Noch 2%. Kann ich nochmal zünden. Wenn ich gleich wiederkomme. Mit Glück kann ich sie noch zünden. Ich gebe mal Gas. Oh, oh. Das wird knapp. Das wird knapp. Das wird knapp. Ich laufe. Ich laufe mit Speed. 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 Und rein. Yes. Ich bin alleine. Egal. Ich halte so auf. Ich jump über das Ding. Im Kreis. Ihr erwischt mich nicht. Stop it. Stop it. No. Ich bin alleine. Yes. Perfekt. Oh, 1,30 Leute. 1,30. 1,30. Und ich habe schon wieder den Strahl. Ich wollte schon was nicht-jugend-weiß sein. Alles gut. Es reimt sich so vieles auf Strahl. Aber ich wollte es nicht sagen. Hey. Hi. Hier läuft. Tracer, 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 Tracer. Ich nach hinten jetzt. Ich bin leider nicht freilich. Okay, okay, okay. 63 Prozent. Aber drei Stück im Raum jetzt. Fuuuuck. Oh, der... Er hat mich am groß. Aber schön gestorben. Groß. Der hat mich am C erwischt. Der hat mich direkt weggeflogen. Oh, fuck. Die gewinnen. Nein, noch nicht. Doch. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Ich bin noch... Ich bin noch. 0,6 Meter. 0,6 Meter. Verdammt. Ungefähr so groß, wie ich bin. 20 Sekunden. No. Nein. Egal. Kiwi Glau. Da hat er uns alle gekillt gerade am Ende. Ja. Oder? Ja. Ja, da wo ich gestorben bin. Ich laufe. Ich laufe. Und boom. Weg. Schade. Ich lobe mich mal selber. Nee.